Ja, Aiming ist da. Den ist ein Sniper. Komm her, du Hampelmann. Der sollte auch gleich umkicken. Das tut er auch. Servus. Tag, Freunde. Was geht ab? Wir sind wieder drin, wie man unschwer gehen kann in Fortnite. Ziel heute ist auf jeden Fall Top 10 zu erreichen. Das sollte ja wohl drin sein. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Irgendwann mitgeflogen? Ich glaube nicht. Das ist schon mal gut. Servus. Die ersten Waffen haben wir am Start. Hier unten ist irgendwo Action. Aber die lassen wir erstmal in Ruhe. Das ist einer. Das Wader ist da. Nicht mit mir, mein Freund. Schön fertig gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir doch schon mal einen gewissen Grundstock. An Eki-Wipment. Also, Kabeli. Da ist er. Ja, Aiming ist da. Den ist ein Sniper. Komm her. Du Hampelmann. Oh, der sollte auch gleich umkippen. Das tut er auch. Servus. Gut, 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 gut. So, heiter weiter hier hoch. Hier sind sich welche am Käppeln. Die schleichen uns an. Und stauben hoffentlich ein paar Kilis ab. Was ist denn hier los? Den haben wir. Ich glaube, hier drin sind noch welche. Gehen rein. Augen. Irgendwer springt doch noch hier rum. Gut. Ich raffe es nicht. Wir gehen weiter. Ihr wusstet es doch. Jetzt werde ich von hinten beschossen. Ich weiß nur nicht von wo. Ah. Scheinbar von da. Guck mal, da oben hockt er halt mit der Sniperwoll. Hat er mich aber gut gefischt, ey. So eine Scheiße. Naja, klasse, Berti. So, das ist ja gerade eher so semi-gut gelaufen. Ziel ist natürlich weiterhin top 10. Wir gehen wieder hier runter. Das die Divot. Ich sehe jetzt hier keinen, der mit mir hier am Start ist. Snacken uns direkt hier oben die beiden Kistchen. Ui. Hören Sie mal. Wer ist er denn? Bam, bam, bam. Habe ich ihn gar nicht gehört. Aber gut. Nicht mit mir, mein Freund. Schön gefischt. Wir schleichen uns da hinten dran. Was heißt schleichen? Er weiß ja schon, dass jetzt eh mehr kommt. Gut. Dezent. Fair wird. Wie schwer ich mich tue mit diesem Aiming, ne? Danke. Boah, das war jetzt aber auch schon wieder komplette Grütze. Was habe ich denn im Ziel veranstaltet? Oh, heidewitzig. Ich muss ganz, ganz dringend mal ins Aim-Training. Lely, Lely, Lely. Aber das Ding gefällt mir nicht so gut. Lieber ne Schrotti mitnehmen. Nein, ist nur einer. Gut. Ist ja noch einer. Gut. Gut, dass so viele schlechter sind als ich. Komm her. Der ist hier irgendwo. Ach. Den kaufen wir uns. Boah, war das schon wieder bad, Alter. Boah, ich bin teilweise so überfordert. Wahnsinn. Ja gut, top 10 ist heute nicht drin. Aber komm. Immerhin haben wir die ein oder anderen mitgenommen. Dankeschön und Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü